So, willkommen zurück zum Let's Play von Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja, wir müssen jetzt irgendwie James the Kid uns schnappen, oder zumindest uns mit uns, äh mit ihm, oh Gott, nochmal, uns mit ihm treffen, so rum. Und ich darf hier natürlich keinen töten, nur unschädlich machen. Aber das ist schon machbar. Komm her, jetzt. Komm ran hier. Ja, kaputt, putt, 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 putt. Was sind das jetzt noch? Hier gibt's auch Weiber, okay. Na, gucken wir, wo wir hier am besten hinkommen. Nein, ich hab nix gesehen. Ich bin da ein Experten. Okay, das hat so schon mal nicht geklappt, ähm. Oh Gott. Das wird jetzt eine Weile dauern, ja, ich seh das schon. Ich glaub, ich werd aber anders hier rangehen. Mal mal übers Wasser. Und dann bleiben die Mannen töten, ja. Ich weiß, ich habe es nicht auch. Wir haben dann aber auch noch mal. Ich bin da, ich geh da. Ich bin da. Und dann bleiben die Mannen töten, ja. Und dann bleiben die Mannen töten. Und dann war ich. Komm ran, ihr Mädchen. Alles gut, Schicka. Bist mir ein bisschen bewusstlos. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Die Kämpfer können längst wissen, wo wir sind. Das war Walpole, stimmt's? Dieser Engländer. Ei. Hat uns hintergangen. Unser Vertrauen missbraucht. Wie kann man sowas wissen? Sogar Atta Weiber von ihm geblendet. Komm her. Mädchen. Wie macht man das am sinnvollsten? Da stehen zwei Leute, da stehen zwei Leute. In sich möchte ich wirklich ins Meer gehen. Sehr gut. Gespeichert, das ist gut. Wie kommt man jetzt da am besten hin? Ich darf hier niemanden töten. Bisschen gut. Oh God. Okay. Oh Gott, 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 oh Gott. Kannst du die mal mitnehmen hier? Nimm mal mit. Er will ihn nicht mitnehmen, cool. Mich sieht hier niemand. Ach, Bums. Ah, komm, du warst fast perfekt, aber nur fast. Nein, nur fast. Nein, komm, da lang. Oh, komm. Das war's für heute. Wir müssen sich beide gleichzeitig herwischen. Ach du Scheiße. Verdammt! Wie soll ich die denn hinkriegen, weil die stehen allzu behindert? Das ist so blöd. Kriegen wir noch hin. Kriegen wir noch hin? Dauert noch ein bisschen. Vielleicht muss ich ja her, die Gäller. Oh, da oben ist auch noch einer. Wie? Also da oben steht einer. Dann stehen da unten vier Leute. Ihr seid verdammt lustig, aber echt. Echt, echt lustig. Okay, nochmal. Schauen wir mal. Gehen wir erstmal in den Burschen abchecken, was da so abgeht. Ich darf niemanden killen. Haha, scheiße. Bumme stehen da hoch. Oh, du Scheiße. Kann ich hier ins Gebüsch? Ja, ins Gebüsch. Okay. Dann sollte ich hier hochkommen. Sehr schön. Oh, verdammte Axt. Da steht ja noch einer. Oh, nö. Ich hasse solche Passagen. Komm jetzt ran! Komm mal dran. Okay, jetzt hätten wir. Ja, verbumsene. Ich sitze im Busch. Lasst euch nicht stören von mir. Komm jetzt. Komm jetzt. Komm jetzt. Komm jetzt. Ich traue mich nicht loszulaufen, die kommt nämlich gleich hier hin. So, das hätten wir. Oh, sind da viele. Die Pabilöhne. Die Pabilah. Okay, gefährlich. Okay, super estuvett. Okay, let's like this go. Ich schliegte die hinten. Saya Hmm. scheiße ach scheiße ach so dass mich nicht achten dass der typ herguckt na klar kann ich nicht rausgehen oh nein ernsthaft komm her komm jetzt ran hier aber da ich weiß es spät schon manchmal ja nur manchmal Ich gucke mal auf die Uhr, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Das ist scheiße. Komm her. Komm her. Wie wär's damit? Ja, die ist plötzlich weg. Voll misriös, ne? Find ich auch. Ah. Muss der Typ noch herkommen? Oh fuck, warte mal. Ah, du fressin. Ah, du fressin. Untertitelung des ZDF, 2020